Ja, hallo, ich bin Jutta Pelzer, ich bin Coach und Trainer für Führungskräfte und war heute beim markoffenen Seminar. Sensationell, sage ich euch. Es war einfach nur klasse. Wir haben heute über Präsentieren, Storytelling gesprochen, uns geübt. Wir haben einen ganz tollen Tag gehabt. Es war wahnsinnig interessant, ganz tolle Methodik und ich kann jedem nur empfehlen, hierher zu kommen. Man wächst einfach nochmal ein Stück größer und wird vielleicht auch nochmal ein Kopf größer und sichtbar für alle, glaube ich. Also Empfehlung, absolut klasse. Dankeschön.